Was haltet ihr davon? Soll ich euch noch einen Blasen flöten? So, ich hatte heute lecker Lachslasagne à la Hexe und wollte eigentlich noch einen Cocktail kreieren mit Erdbeersirup. Dann habe ich den Erdbeersirup nicht gefunden. Der Ansatz war schon mal okay. Der bestand aus Cointreau, aus Tequila, aus Zitronensaft und etwas Bitterlemen. Und nachdem der Erdbeersirup einfach nicht wollte, der wollte wahrscheinlich für die Bladivitsch nicht andersweitig verwendet werden. Nun haben wir den Einhorn-Cocktail heute eben mit Grenadine gemacht, mit Granatapfel. Und ich dachte mir, vielleicht habt ihr Lust und wir tauchen noch ein in die Welt des Dornenkönigs. Und wir gucken mal, was der Dornenkönig so spricht. Und wir gucken mal, was der Dornenkönig so spricht. Und wir gucken mal, was der Dornenkönig so spricht. Und wir gucken mal, was der Dornenkönig so spricht. Musik Musik Musik